Hi an alle Immobilieninvestoren und Menschen, die sich für Immobilien interessieren. Wir haben für euch das Nummer 1 Immobilienkalkulationstool geschaffen. Es ist absolut neu und wo du das gratis downloaden kannst, das zeige ich dir später. Aber schauen wir uns jetzt erstmal die Highlights an. Wie ist das Excel-Tool entstanden? Wir sind da schon seit 2016 dran, also seitdem sind schon einige Takte vergangen. Und das Tool ist natürlich nicht das gleiche. Wenn man das vergleicht, 2016 und heute ist es ein kompletter Unterschied, weil wir es natürlich immer weiterentwickelt haben. Wir hatten eine ganz klare Roadmap, wo wollen wir starten und wo wollen wir hin. Und wir sind jetzt endlich da. Man muss sich das mal vorstellen, sieben Jahre später, wo wir hinwollten. Natürlich sind wir mit dem Prototypen rausgegangen, aber das ist ein kompletter Unterschied. Unsere eigene Motivation war, dass wir einfach ein krasses Excel-Tool auch für uns selbst entwickeln. Ähnlich wie bei Steve Jobs, damals das iPhone, das hat sein Team entwickelt und er auch, damit er selbst ein cooles Handy hat. Und so war es für uns auch. Wir wollten ein perfektes Tool, um unsere Immobilieninvestments zu kalkulieren. Ich verstehe nicht viel von Excel, muss ich zugeben. Klar kann ich alle rudimentären Sachen machen, kann auch ein bisschen was programmieren. Aber ich sage mal, für dieses Tool war mein Know-how einfach nicht groß genug, nicht mächtig genug. Und wir hatten Glück, dass wir einen Wirtschaftswissenschaftler mit an Bord nehmen konnten. Viele Leute, die ich auch gefragt habe, haben abgewogen und sagen, niemals, es ist zu kompliziert, zu mächtig. Aber der hat zugesagt und der macht auch Analysen für eine große Fondsgesellschaft. Also noch krassere Analysen und da war eher so der Anspruch, pass auf, wir müssen es definitiv einfach halten. Und das war auch unser Job, dass wir quasi die Usability, also die Handhabung des Tools, dass das möglichst einfach ist. Und das ist auch vom Design und ich finde, es ist gut geworden, dass es passt. Wenn ihr euch mal überlegt, was wir in dieser Zeit investiert haben, nehme ich einfach mal unsere Zeit raus. Und ich kann euch sagen, ich habe da super viel Zeit investiert, aber allein die Kosten, die ich demjenigen geben muss, also das Geld, ja, der hat ja auch ein Gehalt bezogen, belaufen sich auf 18.000 Euro. Also 18.000 Euro ist in dieses Tool hineingeflossen und es waren hier auch noch bei uns Mitarbeiter involviert und meine Zeit auch nicht mit eingerechnet. Aber man hätte natürlich vielleicht vorher, hätte man gewusst, pass auf, wir müssen jetzt sieben Jahre daran arbeiten, wir müssen fast 20.000 investieren, hätte man vielleicht gesagt, komm, wir lassen das Projekt, wir machen lieber was anderes. Aber wenn du dann erstmal angefangen hast, ja, dann sagst du, komm, nimm das nochmal mit rein und dies und jenes und am Ende des Tages ist es dann immer weiter gewachsen. Und ja, ich bin einfach happy, dass es jetzt ready ist und würde euch einfach mal jetzt vorstellen, welche zwei Varianten es gibt. Was kann die Starter-Variante? Da habt ihr hier erstmal den Quick-Check, da geht es darum, in zwei, drei Minuten zu schauen, ist das Objekt interessant oder nicht, passt das von den groben Zahlen. Wenn du dann pro Monat 20 bis 30 Objekte dir anschaust, kannst du die halt nicht bis ins kleinste Detail anlegen. Anlegen. Im nächsten Punkt Daten anlegen, machst du dein Einkommen rein und dann rechnet das Tool mit deinen persönlichen Steuersätzen bis auf den Cent. Genau. Du kannst 15 Objekte anlegen, bei den Objekten kannst du Modernisierungsmaßnahmen mit anlegen, du kannst Finanzierung mit anlegen, Mietverträge. Du kannst 15 Objekte bis ins kleinste Detail einpflegen. Dann bekommst du in der Portfolioübersicht, das finde ich ganz cool, bekommst du eine Ausgabe über alle Zahlen deines Portfolios. Alle Objekte, die du hier angelegt hast, kannst du dir in der Portfolioübersicht anzeigen lassen und kannst verschiedene Annahmen tätigen. Was passiert, wenn der Zins sich verändert? Was passiert, wenn ich mehr Miete bekomme? Wie viel Zinsbindung habe ich noch? Wie viel Rendite? Wie ist der Loan-to-Value? Du hast einen kompletten Überblick und das Schöne, auf Knopfdruck kannst du auch für die Bank die Daten bereitstellen und musst nicht ellenlange Dokumente noch in Zukunft ausfüllen. Und das ist ganz cool, die Hamsterrad-Betrachtung. In der Hamsterrad-Betrachtung kannst du dir anschauen, wann bist du finanziell unabhängig und da geht es darum, entweder aus Cashflow kannst du ja finanziell unabhängig werden, das kannst du einstellen und wie viel Einkommen du brauchst. Und, das finde ich auch ganz cool, du kannst wahlweise Objekte oder dein ganzes Portfolio verkaufen und den Kaufpreis auf mehrere Jahre verteilen und dadurch ja auch finanziell unabhängig werden. Und das ist ja auch das Ziel, ja finanzielle Freiheit mit Immobilien und das bildet dieser Punkt ab, der war mir persönlich extremst wichtig. Und in der Management-Übersicht kannst du dir nochmal jedes Objekt einzeln rausziehen und noch tiefer einsteigen. Was kann die Investorenvariante, was die Startervariante jetzt nicht kann? Ihr könnt bei der Startervariante eine Modernisierung anlegen, hier in der Investorenvariante könnt ihr bis zu vier Modernisierungen anlegen. Ähnlich ist es bei dem Thema Finanzierung. Ihr könnt hier eine Finanzierung anlegen, hier könnt ihr drei weitere Finanzierungen pro Objekt, ja also wir reden von pro Objekt, drei weitere Finanzierungen anlegen, Bausparvertrag mit anlegen, Tilgungsaussetzung gegen Fonds sparen, alles was das Herz begehrt. Mobiliar, für die Leute, die halt Airbnb-Business machen, muss man sich natürlich die steuerliche Betrachtung anschauen und hier könnt ihr das Mobiliar mit anlegen. Ihr habt die Abschreibung dann mit in der Management-Summary mit drin. Mietanpassung, natürlich könnt ihr hier in der Startervariante Mietsteigerungen mit einrechnen, aber hier könnt ihr ganz genau eingeben, 15% Steigerung in drei Jahren, dann nochmal 20% Steigerung in acht Jahren oder auf Basis einer Modernisierungsumlage, könnt ihr das wirklich detailliert erfassen, bis zu zehn Mietanpassungen. Änderung Einkommen, zum Beispiel für die Leute, die sagen, ich kaufe mir jetzt Immobilien, aber wenn ich in Rente gehe, halbiert sich ja mein Einkommen, ja und dann habe ich noch Immobilien, ja viele machen ja das Thema Immobilie als Rentenvorsorge, könnt ihr eine Einkommensänderung angeben und zum Beispiel sagen, ich gehe dann von 60.000 zu Versteuernis auf 30.000 zu Versteuernis und dann seht ihr auch, wie entwickeln sich eure Immobilien. Dann könnt ihr eine GmbH mit anlegen, sowohl eine Vermögensverwaltende als auch eine gewerbliche GmbH und habt da auch die entsprechenden Steuersätze hinterlegt und jetzt kommt es hier, das finde ich auch ziemlich geil, ihr könnt sagen, pass auf, die ersten zehn Jahre halte ich das zum Beispiel privat und dann nach zehn Jahren gebe ich das in meine VV GmbH oder mache zum Beispiel eine Ehegattenschaukel oder was auch immer. Ihr könnt das alles mit diesem Tool als Investorenvariante abbilden. Ich habe jetzt schon viel über das Tool angekündigt, doch lassen wir das Tool mal für sich sprechen. Ihr seid jetzt hier auf dem Startbildschirm und könnt zum Beispiel auch eine Besonderheit hier zur Kaufpreisaufteilung des Bundesministeriums der Finanzen, würde ich euch auch immer empfehlen, die aktuelle Arbeitshilfe zu benutzen, manchmal ändern die die und wir haben aber auch das Thema Restnutzungsdauer bei uns im Excel-Tool schon berücksichtigt. Ich gehe jetzt hier auf den QuickCheck, ich habe euch versprochen, ich schaffe es in zwei Minuten ein Objekt anzulegen, wir schauen mal vorab, ihr habt hier an der Seite die Navi, müsst also nicht über die Reiter navigieren, das stört mich auch persönlich, sondern ihr könnt hier einfach an der Seite über diese Verlinkung arbeiten. Aber kommen wir jetzt zum QuickCheck, guckt gerne mal auf die Stoppuhr, ob ich das in zwei Minuten schaffe. Nehmen wir einfach mal ein Objekt, 100.000 Euro Kaufpreis, 3% Maklerkotage, 2% Notargerichtskosten, 3,5% Grunderwerbsteuer, Baujahr, Restnutzungsdauer könnte ich jetzt abweichend erfassen, sagen wir mal 60 Quadratmeter, Kaltmiete pro Monat 400, persönlicher Steuersatz, da eine Sache zu. Ich könnte jetzt hier persönlich mit 42% arbeiten, aber im QuickCheck will ich das vielleicht auch für meine VV GmbH durchrechnen, dann könnte ich hier auch mit einem Steuersatz von 15% rechnen oder 30%. Ja, das sind auch nur Steuersätze, die nimmt man ungefähr an, wenn man natürlich jetzt über 60.000 weit darüber verdient, kann man immer mit 42% rechnen, aber hier müsst ihr dann ungefähr gucken, was habt ihr so einen durchschnittlichen Steuersatz. Es geht ja um den QuickCheck, die genaue Betrachtung, die machen wir gleich. Kosten für Hausverwaltung, nicht umlagefähige Kosten, davon dann oder zusätzlich dann noch in Standhaltungskosten, kann ich hier eine Darlehenssumme eingeben von 100.000, Zinssatz, Tilgung und finde ich ganz cool, tilgungsfreie Anlaufzeit, das machen wir auch immer oder versuchen es mit reinzukriegen, weil wir dann gleich so einen Anfangsboost haben. Ich kann jetzt auch hier Modernisierungskosten anlegen, ich sage zum Beispiel im Jahr 1, mache ich hier eine Modernisierung, die habe ich mitfinanziert zum Beispiel, das heißt, ich erhöhe jetzt hier das Darlehen und ich kann mir jetzt zum Beispiel den Betrachtungszeitraum, das Jahr 1 anschauen und es ist ja bei Immobilien so, dass man sich erstmal die steuerliche Betrachtung anschaut, weil aus der steuerlichen Betrachtung kriege ich dann eine Steuerrückerstattung oder eine Steuernachzahlung, die natürlich in den Cashflow mit reingeht und deswegen haben wir hier beides. Einmal die steuerliche Betrachtung, das ist mal hier auf dem Papier und Cashflow-Betrachtung, das passiert bei mir im Portemonnaie, die seht ihr hier. Jetzt sieht es natürlich heftig aus bei dieser Immobilie im Jahr 1, weil ich natürlich hier eine Modernisierungsmaßnahme mit drin habe, deswegen habe ich hier viel Liquidität. Ich kann jetzt hier einfach Jahr 2 angeben und dann sehe ich, wie jetzt die Immobilie aktuell läuft, jetzt ist sogar noch die tilgungsfreie Anlaufzeit mit drin und im Jahr 3 sehe ich dann, wie es grundsätzlich läuft und dann sehe ich, okay, ich zahle hier 80 Euro drauf. Ich kann dann hier eine Wertsteigerung annehmen, zum Beispiel 2%, ich kann Mietausfall annehmen und ich kann zum Beispiel hier eine Mietsteigerung einrechnen. Je nachdem, was da meine Erwartungswerte sind, kann ich das erfassen. Und ich kann jetzt hier auch mir anschauen, wie sieht es denn im Jahr 10 aus. Wenn ich sage Wertsteigerung und Mietpreissteigerung, kann ich mir hier die steuerliche Betrachtung und die Cashflow-Betrachtung zum Beispiel im Jahr 10 anschauen. Dann haben wir die Objektkennzahlen, finde ich ganz wichtig. Wie ist der Kaufpreis pro Quadratmeter? Wie ist die Bruttomietrendite ohne Kaufnebenkosten? Wie ist der Einkaufsfaktor? Wie ist die Kaltmiete? Wie hoch ist mein eingesetztes Eigenkapital? Wie hoch ist der Immobilienwert nach 10 Jahren? Weil nach 10 Jahren kann man ja steuerfrei verkaufen. Wie ist dann die Restschuld? Und wie ist mein kumulierter Ertrag? Wie ist mein Gewinn? Und wie ist der Barwert? Beim Barwert geht es darum, dass man sagt, ich habe ja zukünftige Zahlungen und 1.000 Euro in 10 Jahren sind ja nicht so viel wert wie 1.000 Euro heute. Ja, ist inflationsbedingt. Und da haben wir schon die einzelnen Zahlungen, ob ich sie nun tätige oder Geld zurückbekomme, mit 2% abgezinst. So heißt das. Diese 36.000 ist quasi 29.000 Euro heutiger Wert. Weil das finde ich auch ganz wichtig, wenn man über zukünftige Zahlungen spricht, dass man die dann halt so genannt diskontiert. So, jetzt möchte ich das natürlich auch grafisch sehen. Das habt ihr hier in der Entwicklung des Cashflows. Hier sehe ich meine Steuerrückerstattung am Anfang. Dann habe ich noch meine tilgungsfreie Anlaufzeit. Und dann sehe ich, wie das Objekt sich hier entwickelt. Und das ist ganz schön, wenn ich sowas hinkriege, da seht ihr auch, dass so eine tilgungsfreie Anlaufzeit oder eine Modernisierung am Anfang Sinn macht. Weil ich hätte jetzt hier einen Eigenkapitaleinsatz von 8.500, bekomme im ersten Jahr 5.500 Übersteuer- und tilgungsfreie Anlaufzeit zurück. Und im zweiten Jahr nochmal 1.365. Bedeutet, mein EK-Einsatz beläuft sich jetzt hier vielleicht auf 1.500 bis 2.000 Euro. Hier unten seht ihr dann auch nochmal die Wertentwicklung versus Restschuld. Und sehe dann, okay, was ist hier das entsprechende Delta. Und das nennt sich auch Immobilienschere. Bedeutet, die Immobilie wird immer mehr wert. Die Restschuld sinkt immer weiter. Das geht auf wie eine Schere. Und am Ende des Tages die laufende Rate, das zahlt der Mieter. Und euer eingesetztes Eigenkapital im besten Fall bekommt ihr dann über eine Steuerrückerstattung oder über eine tilgungsfreie Anlaufzeit zurück. Soviel zum QuickCheck. Der QuickCheck funktioniert in sich geschlossen. Das heißt, die Ergebnisse kriegt ihr sofort, wenn ihr dort was eintragt. Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Bedeutet, ihr müsst am Anfang hier die Daten von euch anlegen, dann die Objekte und dann seht ihr, was in der Portfolioübersicht, im Hamsterrad und in der Managementübersicht passiert. Starten wir jetzt mal mit den Daten. Das geht ganz schnell. Erik Renk, Geburtsdatum 17.06.1987. Familienstand ledig. Dann kann ich hier jetzt mein zu versteuerndes Einkommen eingeben. Ich muss noch mal sagen, Kirchensteuer ja oder nein. Und da die Kirchensteuersätze unterschiedlich sind in den Bundesländern, müsste man jetzt auch noch mal das Bundesland auswählen. Und dann seht ihr eure aktuelle Steuerlast. Finde ich auch hochinteressant. Und dann habt ihr diese beiden Steuersätze, die für euch extrem wichtig sind. Einmal den Durchschnittsteuersatz, der angibt, wie viel Steuer zahlt ihr im Verhältnis zum Gesamteinkommen. Also 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen. Im Verhältnis zu 53.000 Steuerlast. Bedeutet 35%. Und wie wird jeder nächste Euro versteuert. Bedeutet, verdiene ich 1 Euro mehr, muss ich 42 Cent abgeben, kriege ich 1 Euro zurück, also kann ich 1 Euro absetzen, kriege ich von diesem Euro 42 Cent zurückerstattet. Kommen wir jetzt zu den Objekten. Und ihr könnt bis zu 15 Objekte anlegen. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, ich will mein ganzes Portfolio mit 50 oder 100 Immobilien rechnen, können wir machen. Stell bitte eine persönliche Anfrage. Aber das würde das Tool zu groß machen. Und dann würde es zu lange rechnen. Wir hatten das Tool, das war mal bis zu 20 MB groß. Und das konnten manche Leute gar nicht mehr öffnen, geschweige dann eine Rechenoperation ausführen, weil es einfach zu lange dauert. Genau, wir können hier bis zu 15 Objekte anlegen. Klickt ihr einfach Update und dann geht hier der Reiter auf. Ich würde es jetzt einfach mal für ein Objekt vormachen. An der Seite wurde alles kommentiert, was sich hinter diesem Feld verbirgt. Das ist nicht nur bei den Objekten so, sondern das gilt generell für das Tool. Also überall da, wo ihr dieses Kommentarzeichen seht, haben wir eigentlich alles erklärt. Das ist super selbsterklärt. Wichtig ist hier, dass ihr die Immobilie benennt. Zum Beispiel jetzt ETW 1. Und hier könnt ihr den Eigentümer auswählen. Jetzt steht hier Erik Renk drin. Wenn ich jetzt eine VV GmbH angelegt hätte, dann könnte ich die hier mit auswählen. Gole ist der Straße. Dann müssen wir hier einmal das Bundesland auswählen. Das hängt ja dann davon ab, wie viel Grunderwerbssteuer man zahlt. Was ist es? Eigentumswohnung, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Baujahr. Dann könnte ich hier eine abweichende Restnutzungsdauer erfassen. Das machen wir jetzt aktuell nicht. Dann haben wir hier das Kaufdatum. Zum Beispiel 1.1.2020. Was habe ich damals bezahlt? 150.000 Euro. Habe ich eine Küche mit drin gehabt, dann würde ja die Grunderwerbsteuer reduziert werden. Und ich würde die Küche über 10 Jahre abschreiben. Das kann dieses Tool automatisch vollziehen. Gibt es eine WG-Rücklage bei Kauf? Die wird nicht mehr rausgerechnet bei der Grunderwerbsteuer. Aber ich kann entscheiden, zum Beispiel wenn eine Sanierungsmaßnahme ansteht, wird zum Beispiel 50% über die Instandhaltungsrücklage meiner Wohnung finanziert. Und die anderen 50%, die kann ich selbst mit beibringen. Finde ich krass. Also diese Funktion gibt es hier auch. Maklerkosten 3%, Notarkosten 2%. Und jetzt anders als im QuickCheck habt ihr hier quasi die Grunderwerbsteuer schon mit drin. Und ich könnte jetzt auch sagen, pass auf, ich habe hier nur ein Grundstück angeschafft. Und deswegen macht die Kaufnebenkosten nur aufs Grundstück. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Die fallen also auf alles an. Dann haben wir das Thema Kaufpreisaufteilung. Könnt ihr zum Beispiel mit der Aufteilungshilfe des Bundesministeriums der Finanzen machen. Ich sage jetzt einfach mal 20% Kaufpreisanteil Boden, 80% Gebäude. Dann haben wir hier die Besonderheit der Denkmalabschreibung. Es ist ja so dafür, dass wir aufwendig Immobilien renovieren, die denkmalwürdig sind, die so einen Museumscharakter haben. Das ist natürlich teuer. Und dafür gewährt der Staat Steuervorteile nach 7H und 7I Einkommenssteuergesetz. Und ich kann dann diese Sanierungskosten über 8 Jahre mit 9% und die restlichen 4 Jahre mit 7% abschreiben. Und ich könnte jetzt hier entsprechend noch Sanierungskosten aufteilen. Bedeutet, ich habe dann vielleicht noch einen Altanteil von 20% und hätte jetzt 60% diese Sonder-AFA, diese Sonderabschreibung. Ich lasse es jetzt aber mal weg. Aber selbst das könnt ihr hier in der Basisvariante mit berechnen. 60 Quadratmeter Wohnfläche. Und dann haben wir ja immer Fahrten zu Wohnungen, ETC, ich sage jetzt mal 1.000 Euro laufende Werbungskosten. Und dann ist es so, dass eine Immobilie, ja, da habt ihr die Anschaffungskosten, die werden natürlich abgeschrieben, aber die Finanzierungsnebenkosten oder Geldbeschaffungskosten, die werden sofort steuerlich abzugsfähig. Und zum Beispiel auch für das Bestellen einer Grundschuld. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Darlehen auch über 150.000 aufgenommen, haben wir ja 0,5% Grundschuldbestellungsgebühren in der Regel. Bedeutet, ich kann hier 750 Euro erfassen und habe dann auch eine 1a steuerliche Betrachtung. Dann haben wir hier einen Mietvertrag und da können wir auswählen, was ist das für ein Mietvertrag. Standard Mietvertrag, Index Mietvertrag, Staffel Mietvertrag. Dann mache ich jetzt hier eine Kaltmiete rein, bezieht sich alles pro Monat. Warnmiete von 700 Euro. Dann sehen wir hier, was wir an Betriebskostenvorauszahlungen haben. Umlagefähig sollten ja dann auch in etwa 200 Euro sein. Nicht umlagefähig sind dann vielleicht 50 Euro und davon 30 Euro zum Beispiel zur Führung zur Instandhaltungsrücklage. Dann bezeige ich noch 25 Euro für die Sondereigentumsverwaltung. Dann hat das Darlehen ja wahrscheinlich begonnen mit dem Kauf, also am 01.01.2020 150.000 Euro und tilgungsfreie Anlaufzeit habe ich jetzt mal nicht mit drin. Zins 3%, Tilgung 2%, Zinsbindung 15 Jahre und dann habe ich jetzt soweit mein Objekt erfasst. Kommen wir zu einem weiteren Highlight, was ich sensationell finde und zwar ist das die Portfolioübersicht. Hier habt ihr dann bis zu 15 Objekte, die ihr dann sehen könnt, die ihr vorher angelegt habt und dann muss man das verstehen, wie das funktioniert. Ihr habt hier globale Einstellungen, also könnt euch verschiedene Betrachtungszeitpunkte raussuchen, zum Beispiel in 10 Jahren, in 15 Jahren und das ist dann für das Gesamtportfolio. Ihr habt jährliche Kostensteigerung, das können nicht umlagefähige Kosten sein oder Verwalterhonorare und das gilt ja auch wieder für das gesamte Portfolio. Wenn die Inflation in Deutschland steigt, steigt sie natürlich für alle Immobilien entsprechend und zusätzliche Instandhaltung könnt ihr auch für alle Objekte einstellen und dann das Anschlussfinanzierungsrisiko nach der Zinsbindung und das gilt ja auch für alle Objekte, eure Annahme hier. Und dann ist es ja so, dass ihr Objekte zum Beispiel in Leipzig, München, Duisburg kauft. Diese drei Standorte sind so unterschiedlich, dass wir uns dazu entschieden haben, dass sie auch individuelle Einstellungen pro Objekt vornehmen können. Zum Beispiel, was das Thema Mietausfall betrifft. Da muss sich ja in München eine ganz andere Annahme treffen als zum Beispiel in Bochum. Oder was das Thema Mietsteigerung betrifft. Vielleicht habe ich auch hier einen Index-Mietvertrag abgeschlossen und kann hier eine andere Annahme treffen. Und es ist natürlich klar, dass in Bochum eine andere Wertsteigerung zu erwarten ist, zum Beispiel als in München. Oder wenn ihr in extremen Cashflow-Standorten unterwegs seid, rechnet ihr sogar eventuell mit Wertverfall. Wenn ihr dann diese Einstellung vorgenommen habt, ist die Portfolioübersicht perfekt. Dann habt ihr alles auf einen Blick. Was habt ihr bezahlt? Wie groß ist die Wohnung? Wie hoch ist die Kaltmiete? Mietpreis pro Quadratmeter? Immer darauf achten, das wäre jetzt in 15 Jahren. Ich kann es ja jetzt in der aktuellen Periode mal eingeben. Dann sieht das natürlich anders aus. Wie ist die aktuelle Mietrendite? Wie ist der aktuelle Cashflow? Wie ist der Verkehrswert? Das ursprüngliche Darlehen? Die aktuelle Restschuld, das berechnet er dann zu diesem Betrachtungszeitraum. Ich habe hier die restliche Zinsbindung. Das wäre jetzt 12 Jahre, weil ich habe ja ein ursprüngliches Darlehen mit 15 Jahren Zinsbindung abgeschlossen. Und zwar im Jahr 2020. Bedeutet, ich habe jetzt noch restliche Zinsbindung von 12 Jahren. Durchschnittlicher Zinssatz, durchschnittliche Tilgung. Und dann habe ich hier die Rate und den Loan-to-Value. Bedeutet den aktuellen Wert im Verhältnis zur Restschuld. Und hier sieht man ein Problem. Die Restschuld ist höher als der aktuelle Verkehrswert, da wir hier auch einen Wertverlust PA mit 3% angenommen haben. Und dann haben wir hier noch ein ganz nice Feature eingebaut. Und zwar könnt ihr das Ganze drucken. Und bei der Portfolioübersicht, wenn ihr das druckt, da geht es darum, dass ihr der Bank eine Immobilienübersicht vorlegen könnt. Deswegen wundert euch nicht, dass nicht alle Informationen mit drauf sind. Sondern wir haben aus unserer Sicht nur die relevanten Informationen für die Bank zusammengestellt. Und dann könnt ihr das der Bank vorlegen mit der aktuellen Restschuld, Kreditlaufzeit, ursprüngliche Darlehenssumme. Alles die Dinge, die eine Bank wissen will. Und spart euch da einen Haufen Arbeit. Kommen wir jetzt zur Hamsterrad-Betrachtung. Das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch im Investorenleben. In dem Moment, wo man von seinen Investments leben kann und nichts mehr machen muss. Vor allen Dingen nicht mehr für Geld seine Zeit einsetzen muss. Natürlich macht man Dinge gerne, die macht man weiterhin. Aber die Frage ist immer, muss ich arbeiten oder will ich arbeiten? Hier könnt ihr dann euer monatlich benötigtes Einkommen eintragen, wenn ihr sagt, pass auf, hier fühle ich mich dann finanziell unabhängig. Das seht ihr dann auch hier direkt. Und dann könnt ihr auch noch sagen, pass auf, wenn ich heute 3000 Euro brauche und eine Inflation beispielsweise jetzt von 2% unterstelle, dann rechnet der das hoch. Und es gibt ja zwei Wege, finanziell unabhängig zu werden. Einmal, indem ihr Cashflow-Immobilien kauft und sagt, Mensch, ich mache das aus der Mieteinnahme. Hat natürlich ein bisschen den Nachteil, dass die Mieteinnahmen hoch versteuert werden, wenn ihr dort Überschüsse habt. Mit der Zeit habt ihr auch sehr viel getilgt, bedeutet, die Zinslast wird immer weniger und dann bezahlt ihr immer mehr Steuern. Das ist das Problem, wenn man versucht, aus der Miete heraus finanziell unabhängig zu werden. Natürlich ist die Steuerlast in einer Vermögensverwaltung in GmbH kleiner, aber hier geht es ja darum, dass man sein Einkommen aus den Mieten bezieht und das heißt, ich müsste es ja aus einer Vermögensverwaltung in GmbH entnehmen und dann fallen auch wieder Steuern an. Ich kann jetzt aber hergehen und sagen, ich fahre einen anderen Ansatz. Ich nehme zum Beispiel hier meine eine Eigentumswohnung oder ihr habt dann später viel mehr Wohnungen und verkaufe die zum Beispiel im Jahr 2035 und dann sehe ich, ich habe hier 152.000 Euro Erlös, also Restschuld und Verkehrswert. Das ziehe ich ab. Ich habe dann 10 Jahre die Immobilie gehalten, kann also steuerfrei verkaufen. Bekomme dann einmal hier 152.000 und dann kann ich aber auch sagen, also hier ist dann auch das Vermögen weg, der Verkauf einer Immobilie hat seine Vorteile. Ihr tragt ab diesem Zeitpunkt keine Risiken mehr, was Mietausfall, Instandsetzung und Finanzierung betrifft und ihr könnt auch diese 152.000 dann über 5 Jahre verteilen und habt ein Cashflow steuerfrei, sozialabgrabenfrei von 2.500 Euro pro Monat für 5 Jahre. Ja, sonst hättet ihr 5 Jahre, wenn ihr 2.500 Euro netto habt, hättet ihr 5 Jahre dafür arbeiten müssen. Da sieht man mal, was auch mit Immobilien möglich ist. Natürlich muss man entsprechende Schnäppchen finden und auch hier in den richtigen Lagen kaufen. Ihr könnt dann hier weitere Immobilien verkaufen zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder ihr könnt euch dazu entscheiden, zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel zum Rentenbeginn, das Gesamtportfolio zu verkaufen. Kommen wir jetzt zum Management-Dashboard und das ist absolut crazy, denn ihr könnt euch, jeder der 15 Immobilien, könnt ihr euch hier aufs Dashboard ziehen und habt einfach nochmal einen viel größeren Umfang an Zahlen, einen viel detaillierten Einblick in eure Immobilie und das startet hier mit den Objektzahlen im ersten Vermietungsjahr, Mietrendite, eingesetztes Eigenkapital und noch viele weitere Kennzahlen und dann könnt ihr euch das zum beliebigen Zeitpunkt anschauen, tragt hier zum Beispiel das Jahr 5 ein und seht diese Zahlen dann auch im Jahr 5. Und dann von der Herangehensweise ist es wieder gleich wie auch ein Quick-Check, wir machen als erstes eine steuerliche Betrachtung, gucken, haben wir eine Steuerrückerstattung oder eine Steuernachzahlung, das fließt dann auch in die Liquiditätsbetrachtung ein, bloß wie ihr das seht, ihr seid hier viel detaillierter unterwegs, ihr habt hier Denkmalabschreibungen mit drin, ihr habt hier die Finanzierungsnebenkosten, ihr könnt ein Mobiliar, Küchen, Modernisierung, Herstellkosten über 4.000 Euro erfassen, also eine hammermäßige steuerliche Betrachtung im vollen ersten Vermietungsjahr und natürlich dann auch wieder zum Betrachtungszeitraum und das geht dann hier auch in den Cashflow mit über und dieser Cashflow, der ist auch nochmal viel detaillierter, weil ihr zum Beispiel Nebenkostenvorauszahlungen, Hausgeldzahlungen, solche Sachen erfasst, aber dann habt ihr auch Mobiliar, Modernisierung, Verwaltergebühren, Zuführung zur WG-Rücklage, ETC, heute und zum Betrachtungszeitraum und dann seht ihr zum Beispiel auch dieses Objekt dann nochmal in Grafiken dargestellt und das finde ich wirklich hammer, Leute, da seid ihr absolute Profis, aber auch wieder der Appell, nehmt euch die Zeit, denn es geht um so viel Geld beim Thema Immobilien, das muss man einfach sagen und kalkuliert das durch, weil nur weil ihr jetzt denkt, emotional, das ist ein gutes Investment, kann das sein, dass es auf den Zahlen, ja, also hier in diesen Fakten auch ganz anders sich zeigt. Um euch das Tool zu holen und durchzustarten, müsst ihr einfach nur auf imlab.de gehen, hier oben auf Excel-Tool und dann habe ich das für euch nochmal gegenübergestellt, was ist in der Basisvariante drin, das ist schon echt viel und was ist in der Premium-Variante enthalten und für alle Leute, die natürlich das mit Immobilien richtig ernst nehmen, holt euch jetzt die Premium-Variante und alle anderen können sich jetzt kostenlos die Basisvariante anfordern und durchstarten. Ich wünsche dir viel Erfolg, nutze das Tool, um deinen Vermögensaufbau auf das nächste Level zu bringen und wir werden weiter Gas geben, um kostenlosen Content, Content zu kreieren, der dich weiterbringt. Im Gegenzug würde ich mich freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst und kommentiert bitte unbedingt, wie das Tool euch gefällt. Ich wünsche euch viele gute Deals und wir sehen uns dann im nächsten Video.